Bisher bei Lost. Suite 42, Hotel Persiphonie. Heute Abend. Savo macht das Geschäft. Ich bin schon so lange hinter Savo her. Zusammen kommen wir an dem Wächter vorbei, in sein Zimmer und können Fotos machen. Via Domus. Das ist Latein. Das bedeutet Heimweg. Ja, da sind wir wieder zurück. Und mal sehen, was jetzt passiert. Oh. Le Monster. Ach ne, ich muss ja jetzt nicht weg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, laufen, 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 laufen. Springen, springen. Ah. Ei, 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 ei. Ist mir alles zu schnell und zu kompliziert hier. Hoppala. Hoppala. Ups. Ich hab so ein bisschen Schiss, dass ich es hier verkacke. Ja. Gott, neben mir sind die Pylonen. Renn du Bastard. Los. Renn um dein verdammtes Leben. Renn um dein verdammtes Leben. Renn um dein verdammtes Leben. Ach. Geschafft. Nuh-uh. Nuh-uh. Okay. Naja. Wollte mich halt nur irgendwie mal... Oh, neue Aufgabe hinzugefügt. Machen, nachdem die magnetische Interferenzen beseitigt wird, zeigt der Kompass mir in die neue Richtung. Ich musste mir folgen und den Heimweg finden. Oh, guck mal, hier sind die Pylonen. Wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich. Äh, ja, wo muss ich jetzt lang? Was? Ui. Ich an ihrer Stelle würde das lassen. Neue Episode. Sprechen. Sie haben mich mit einer Nadel gestochen. Ja, tut mir leid. Wir brauchten eine DNS-Probe. Aha. Warum sollte ich Ihnen trauen? Woher kennen Sie meinen Namen? Wir wissen viel über Sie. Viel mehr als Sie selbst. Habe ich Sie getötet? Habe ich Sie getötet oder nicht? Das werden wir jetzt rausfinden. Jetzt wird es langsam ein interessantes Spiel. Hehehehe. Laden, 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 Laden. Blutzt. Vergessen Sie. Beim Erfangen von Erinnerungsfragmenten werden Einzelheiten aus der Vergangenheit enthüllt. Diese Einzelheiten sollten beim Erinnern fotografiert werden. Ladevorgang, Ladevorgang. Ladevorgang, Ladevorgang. Ladevorgang, Ladevorgang. Rede doch nicht mit mir. Hi, hi. Hallo. Du stehst nur im Weg. Ey, du stehst du im Weg. Hm, naja. Nein! Ey, ganz ehrlich, dräng dich mir doch nicht so auf. Was ist denn los mit dir? Hier muss ich ein Bild machen. Leert das. Aha, und los geht's. Hm. Was ist denn jetzt diese Frau, die mit mir geredet hat? Ja, nicht die. Ja, ja. Pass mal auf. Erstmal hier, Tagebuch untersuchen. So, war dein Geheimnistreffen irgendwo in Sydney organisiert? Wir müssen hier mit hingehen und noch wichtiger, mit wem trifft er sich? Ja, das werden wir jetzt rausfinden. Hier, Kollege. Red ich französisch, oder was? Le Fahrstuhl, elle, geschlossen. Ja, tausend Mäuse für den Aufzug. Hundert. Ich hab 45er, die sagt, er ist geschlossen. Jetzt hau ab, Mann. Die Frau dort drüben, sie ist Journalistin. Woher weißt du das? Ich hab nichts für Schnüffelnasen übrig, die mir komische Fragen stellen. Wer ist dieser Savo überhaupt, von dem sie quatscht? Du, mitkommen. Hey, lassen Sie mich los. Bleib cool, Schätzchen. Was soll das? Lassen Sie mich. Ja, so läuft es heutzutage in der Oberliga, Freunde. Also, wenn ihr Journalisten werden wollt, wisst ihr, was ihr tun müsst, um an eine gute Story zu kommen. Ihr verratet einfach eure Kolleginnen. Wir sind auf einer einsamen Insel. Hier ist alles wie ein Pinsel. Ah, laden, 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 laden. Während Sie die Insel untersuchen, stoßen Sie vielleicht auf interessante Gegenstände oder Gegenstände. Gegebenheiten oder Gegenstände. Versuchen Sie, sehr viel davon zu machen, ohne vielleicht besorgen, auf die Chatwahl zu schalten. Doppeltime. Ihre mitabgeschützten und wertvolle Quellen, Sie erhalten hilfreiche Hinweise, Erklärungen und Aufgaben von Ihnen, die Sie auf der Insel weiterbringen. Dort war ein Leibwächter. Ich habe Lisa nicht getötet. 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 Vorsicht. Kommen Sie dem Zaun nicht zu nah. Ja, ja, ich weiß. Ich habe sie nicht getötet. Das kann man so und so sehen, Elliot. Sie haben sie verraten und das ist einfach schlimm. Aber ich kenne ihre Akte und glaube zu wissen, was Lisa in ihnen sah, auch wenn Ben es nicht sieht. What the fuck? Halt! Was machst du? Sie können jetzt durchkommen. Der Strom ist aus. Das ist doch bestimmt so eine Falle wie in der Serie. Ich werde jetzt gedingst. Ui. Tatsache. Folgen dem unterirdischen Gang. Dieser unterirdische Gang ist der einzige Weg durch dieses Gebiet. Ich muss vorsichtig sein. Die anderen sind überall. Ja, wunderbar. Aber bevor wir da durchgehen, klickt einfach oben rechts und ihr kommt zum nächsten Video und seht, wie ich durch diesen Gang laufe. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.